Was Hofmann moniert und warum er Bayer trotzdem im Zeitplan sieht Beim droben intensiven 2-2 in dem Freundschaftsspiel bei dem Erzellens lief noch nicht alles auf dem Prätention der Vorsaison zwischen Bayer 0-4. Routinier Jonas Hofmann sprach sie offensichtlichen Schwächen an, sieht den Double-Gewinner aber für den Höhe der Zubereitung in einer sehr guten Verfassung. Es war dasjenige erste von drei hochkarätigen Testspielen, sie Bayer 0-4 innerlich von acht Tagen absolviert. Eine Simulierung der englischen Wochen, sie dem Double-Gewinner mit noch zwei Partien viel mehr vor der K.O. Phase der Champions League eher wie Dauerprogramm bevorstehen. Und bei dem 2-2 in Lenz gegen den Vorjahressiebten der Ligue 1 erlebte Trainer Xabi Alonso eine für ein Freundschaftsspiel extrem intensive Partie. Die Franzosen von dem Erzellens pressten droben, liefen sehr streitlustig an, stellten Bayer in puncto Spieleröffnung vor eine schwere Aufgabe. Xabi Alonso nutzte sie Partie, weil mit Robert Entridge eine der Alternativen wie Abwehrchef zu testen, für den Fall, dass der mit dem FC Bayern München längst einige Jonathan Tah den Klub verlässt. Und sie Erkenntnisse daraus waren geregelt, denn gering überraschend. Entridge wie Abwehrchef gegen Lenz, dasjenige eher bereits fünf Testspiele absolviert hatte und bereits in 14 Tagen in See League 1 starten, zeigte sich, dass der Spielaufbau zwischen Kompression mit Entridge wie Abwehrchef weil Passsicherheit spielerisch viel mehr Varianten ein einfahren würde. Umgekehrt zeigte sich, dass Entridge, ein gelernter Mittelfeldspieler, in Sachen Stellungsspiel und Zeiteinteilung in dem Defensivkopfball in der letzten Front zwischen den vielen Flanken der Franzosen nicht ans Prätention Tars herankam. Nachdem Xabi Alonso zu der Halbzeit fünfmal wechselte und Tah in das Abwehrzentrum beorderte, wirkte sie werkselfstabiler, der darin eine der die das seinige Kernkompetenzen besitzt. Was aber selbst daran lag, dass Leverkusens Wetter vor der Pause von relativ vielen Ballverlusten beeinflusst war. Nach der Halbzeit präsentierte sich Bayer etwas ballsicherer. Mehr Erfindungsreichtum mit Wirtz was selbst mit daran lag, dass mit Florian Wirtz ab dem Seitenwechsel ein extrem spielstarker Handeln der in der Dreier-Offensive an dem Werk war. Sie eher mit Martin Terrier und Amine Adli auf den Halbpositionen nach Sturmtank Victor Bonifaz mit drei richtigen Stürmertypen ausverkauft war. Sie aber zwischen Kompression auf engem Kosmos nicht so oft sie richtige Abtrennung fanden, denn es dem Duo Florian Wirtz und Jonas Hofmann in dem Normalfall gelingt. Kompressionen Kompressionen Kompressionen